Willkommen zu einer neuen Folge von KI-KW Hallo! Hallo! Jonas, du hast dich nach wie vor nicht verändert. Wobei es so lange her ist, seit der letzten Folge. Danni, ein Medi-Pack. Verdammt nochmal, wir hätten das Medi-Pack nehmen sollen. Jetzt gehe ich mal vom Nahcamp vorweg. Und wer macht das schon wieder Lärm? Die Gäste hier. Mach ich einfach mal auf. Los, hallo Leute, moin! Die wollen doch nur Hallo sagen. Ja, ja. Das sind doch Fans, oder? Nein, okay, das sage ich jetzt immer nur in einem Moment, wenn einfach jemand vor mir die Tür aufmacht. Ich glaube, hier oben geht es lang. Ja. Moin, Leute! Was geht ab? Hau ab. Ich höre... Nein, 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 ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht. Aua. Wie Jonas immer geforst wird. Find ich gut. Was ist los? Keine Sorgen mit Pompis, ich bringe sie um. Kommt zu uns, ich mache euch Stichsignale. Aua. Was war das? Oh, okay. Alles gut, ein Boomer. Oh! Hier gibt es einen Molotow. Erstmal spinken. Dein bester Freund war. Achtung, Hunter! Oh! Ja, der weiht bei hinten. Wieso nicht? Oh, Alter. Jonas, spring mal hier runter. Au! Tu es nicht. Tu es bitte, für uns. Alle. Leute, schau mal bitte nach hinten, ne? Warum? Weil ich hier kraftvoller attackiert werde, ey, Mann. Da musst du mitlaufen. Du musst dich gucken. Sag mir mal bitte einer, wie das geht. Ja. Vielleicht mit STRG? STRG, ja. So wie die normale Steuerung, wie in jedem Shooter-Spiel. Aber gut. Es ist wirklich... Ich spiele keine Shooter. Es ist alles genauso, wie es immer ist. Schleichen mit Link-Shift. Oh, sorry, Kartu. Ich habe noch nie wirklich einen Shooter gespielt. Was erwartet ihr eigentlich? Oh, shit. Warte, Kati! Oh, Gott, verdammt. Scheiße. Ja. Sie rennt aber auch weg mit dem. Mit dem Jockel. Oh, geil. Das will ich haben. Jetzt werdet ihr brennen, ihr. Oh, öh! Vorsicht! Grüne. Grüne AA. Ich habe sie abgeschnitten. Oh, shit. Vorne ist wieder eine Rit. Oh, ja. Jonas! Jonas! Erledige du das bitte. Hier, warte, ich hole sie dir. Warte mal, ich habe eine Idee. Wo ist die? Wo ist die? Seh nicht! Achtung! Gönnt euch! Brenn du Olle! Gott! Lauf weg! Ah! Wow! Ich wollte gerade weg. Jawoll, es hat funktioniert. Kann mir jemand helfen. Super. Dankeschön. Es war doch gut. Also so halbwegs. Na klar. Hey, hey, hey. Müssen wir hin? Hier oder nach oben? Nach oben. Ach so, weil da noch so ein Weg ist. Mo. Hier? Das war es doch nicht. Hier sind Toiletten. Was ist das? Frauentoilette? Das Noobwagen. Da fühle ich mich da. Frauentoilette. Ich gehe rein. Augen zu, Leute, Augen zu. Oh, eine Brechstange. Aha. Warum ist auf der Frauentoilette eine Brechstange? Fresse, was machst du hier drin? Huch. Alter. Tür zu. Oh, hier ist ein Medikits. Vielleicht. Ich muss mich kurz mal heilen. Moment, ich muss heilen. Jonas, nicht vor uns rennen. Werden so wenig nach Blut stehlt. Werden so wenig nach Blut stehlt. Was macht ihr denn da schon wieder? Kommt jetzt. Werden die anderen, während die Jungs auf der Mädchentoilette sind und die Mädchen am kämpfen alles. Hä, ja, 2020 noch. Ah! Okay. Normal, so ist das halt. Boomer. Ich finde das ist eine gerechte Aufteilung. Richtiger Boomer, ey. Boomer. Kann man verhinten ein bisschen aufgeräumt. Ja, irgendwas. Ich seh nicht. So. Ich hab hier Munition. Sag mal, geh doch nicht so. Was? Jonas! Jonas! Da ist jemand hinter dir. Jetzt ist da keiner mehr. Okay. Das Moni. Jonas, komm her. Willst du was haben? Willst du was haben? Hätt wieder eine bessere Waffe gern. Jonas. Wer nicht auf mich hört. Kathi, willst du was zu trinken? Ja. Eine Cola. Ein kaltes Getränk. Hier, ja. Drück drauf. Fritz Cola. Keins Gorn-Swing noch nicht. Gott, verdammten Jockel! Achtung! Oh, du scheiße, Kathi! Woo! Tötet die Jockel! Okay. Oh, da gibt es einen Sniper, Alter. Was ist das für ein Sound gewesen? Was? Was ist los? Oh, ich bin gerade erschrocken. Sie schreit einfach ohne Grund. Schöne Wahrheit! Achtung! Oh, da gibt es einen Medikin. Was gibt es? Medizin. Gott, was ist... Hä, was? Warum leuchtet es so? Schießen sie? Weil die Gesichter sind. Glaube ich. Ja. Oh, super! Ich war das nicht mal. Direktivieren sie den Alarm. Ich war's! Kommt hoch! Kommt hoch! Kommt hoch! Schnell! Wir müssen uns beeilen. Und hier ist immer eine Witch. Also Licht aus. Und nicht... Das kürzt nicht mit der Witch. Ach! Oh, shit! Meine Hilfe! Ich hab's weggemacht. Keine Sorge. Oh, shit, Alter! Komm, Jonas! Jonas, hier! Hier! Ja, Mann! Jonas kommt ja lieber auf Ende die Hände. Die sollen nicht laufen mit den Saugen, Alter. Frag doch mal nicht, ob die dich durchlassen. Hä? Vorsicht! Hilfe! Hilfe! Kathi! Ja, ja, ja. Ich bin selber schuld. Leute! Leute! Oh mein Gott! Leute, ich brauche Hilfe! Ich sterbe nicht! Ich bin tot! Ich bin tot! Ach, scheiße! Kathi, geh da vorne weg! Also das war... Oh, aua, boah! Das maukatet dich! Oh, shit! Der hat mich runtergezogen. Vorsicht! Jonas wird auch runtergezogen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich muss mich kurz heilen, Alter! Jonas heilt sich entspannt! Hahaha! Alles eskaliert Jonas! Ich muss mich heilen! Ich muss mich heilen, Alter! Ja, ja! Wo ist sie gestorben? Ich bin runtergefallen! Er ist runtergefallen! Ich lieg da unten! In der Mitte! Du dumm! Wie bin ich dumm?! Willst du dich verarscht?! Hahaha! Sogar ich hab das... Ahhhh! Sag's nicht zu früh, Dani! Boah! Hallo! Hahaha! 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 Okay! Nochmal! Kati heil dich jetzt! Kann ich andere sichten? Halt! Warte! Braucht jemand... Wer braucht Heilung? Dani! Ah! Danke! Null! Warum war ich da drin? War hier mein Zimmer? Dankeschön! Hallo! Hat jemand Heilung? Ja, wow Leute! Ja, alles gut! Versteh ich schon! So, dann gehen wir weiter! Was? Nur Witch? Ja! Ich hab keine... Lampenmaus! Und halt nicht zu nahen, sonst wird die auch aggro sowieso! Also... Ja! Wolloll! Hopsi! Oh, was? Molotow? Wo? Ach da! Ich glaub hinter uns! Hinter uns kommt gleich welche! Macht die Tür immer zu hinter euch! Ja, da hinten ist schon einer! Jonas, kommst du hier! Jonas! Mann! Genau! Komm jetzt! Ja, besser ich als ihr! Ja! Besser keiner! Jonas! Ich will dich nicht verlieren! Oh! Also... Ich... Ansonsten müsste ich das allein, man! Und du bist wenigstens noch die Zielscheibe! Gar nicht! Hörst du mit dir auf die Tür zu schießen? Ich wollte nett sein! Hat nicht so geklappt! Oh, ich bin vollgeballert mit Medizin! Let's go! Achtung! Ich hätte auch noch einen Wolli, ne? Da kommt... Oh! Hilfe! Oh! Danke! Ich werde wieder sterben! So! Wo ist denn die dumme Witch Bitch? Äh... Huch! Sie ist oben! Sie heißt Witch Bitch, ja! Damit das jetzt jeder weiß! Achtung, Boomer! Links! Lecker! Scheiße! Ich renne mal weg, ne? Ja, alles gut! Ich sehe zwar nichts immer! Soll ich dich irgendwie heilen! Ja, ne, noch geht's! Alles gut! Ich bin Profi und so! Hab was keine Muni mehr! Ja! Ja, wir müssen weiter! Kommt! Kommt weiter! Wir dürfen nicht zu viel Muni verschwenden! Kati, was zum... Ähm... Kommt ihr? Alter ist ein Schutzraum! Jonas kommst du! Ich werde gerade beschossen! Äh... Ne, nicht beschossen, äh... Leute, kommt er? Ja, jetzt wartet doch mal, Mensch! Wir versuchen ihn da hinten irgendwie zu sichern! Fremde, Jonas! Fremde! Schnell rein! Lukas! Komm rein! Lukas! Ja, lass mich doch erst heilen! Ja! Auch nicht schlecht! Gut! Oh, Kati, ey! Die meisten Infizierten! Okay! Witch! Hä? Es gab ne Witch? Ja, es gab ne Witch! Ah, am Anfang! Stimmt! Oh, huch! Jonas mal wieder ganz stark unterwegs! Finde ich gut, Jonas! Finde ich schlechtest, äh... Kati... Hä? 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 Ich wollte gerade schon sagen... Hä, nein, das war Jonas! Hey! Nein, Spaß, Jonas! Was kostet mein lieber, ne? Oh, ein Katana! Oha! Oha! Die ist übelst gut, oder? Ja! Das Beste! Woll doch... Ah, das wollte ich haben! Genau die wollte ich sagen! Genau die! Darf die vielleicht durchlaufen? Äh... So! So! Meine Früchtchen! Was? Du bist ja das einzige Früchtchen! Guck mal, was ich hab! Das funkelt so schön! Ich kann's werfen! Ich auch! Okay, ist ganz gut jetzt hier! Ruhig, ruhig! Oh! Hä? Ja, genau! Alles klar, Jonas! Sagst du uns, gell? Was willst du? Komm her! Kids! Kids! Was ist mit dir los? Es ist jetzt wieder das mit dem Outro, ne? Nein, oder? Das... Da hinten kommt einer! Kati! Kati, wie... Was denkst du? Wie viel Schockens gibt es uns? Unserem Chaos-Trupp? 50! 50! 50! Es ist zuerst 50-50, als du das dann gesagt hattest... 13 Benzinkanister! Was glaubt ihr? Ja! 30-50! Kati, glaubst du... Ja, die wurden erst angezeigt, als wir runter sind. Ich hab ein sehr, 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 sehr schlechtes Gefühl. Lass einfach Jonas vorrennen! Gell, Jonas! Okay, er kommt weg! Ich glaube wie Katana! Genau! Alles hauen, was geht! Also wir müssen jetzt 13 Kanister einsammeln und die zum Auto befüllen! Am besten immer zu zweit! Wo ist Kati? Hier hinten! Am besten, ja, es kommen jetzt echt viele Monster! Das klingt sehr beruhigend hinter mir, ey! Ah, Hilfe! Alles unterkommt! Alles schön, Kati! Jonas, du kannst das Ding auch direkt befüllen, ne? Im besten Falle! Oh! Ich helfe den Arsch! Achtung! Da! Ihr müsst helfen! Kati! Helf, helft Kati! Okay! Oh Gott! So! Hier sind welche? Ich werf die von oben runter! Habt ihr gehört? Ich werf die mal von oben runter, die ganzen... Oh, hier oben gibt's Medizin bei mir! Kati, bleib mal stehen! Ich hab ja, ich hab ja Medizin gelegt! Oh, scheiße! Ich hab schon! Alles gut! Dankeschön! Nächste Weile kommt! Ja! Lukas, was machst du da oben eigentlich? Ich werf die Sachen runter, wie immer! Ich bin mit Kati! Kati, wie kann man rennen? Oh! Oh! Du bist verletzt, deswegen bist du nicht mehr so schnell! Hier oben gibt's Medizin, da bist du schneller! Ach, scheiße! Oh, oh! Dankeschön! Also, ich krieg's irgendwie nicht hin, irgendwie zu retten, ne? Doch, Jonas, glaub an dich! Hör dich an mir fest! Okay, los, komm! Da ist ein Boomer! Oh, wie viele wollen denn... Wie viele wollen denn noch... Oh! Sorry! Jonas, du's auf! Hier, Leute, ich werf das runter! Hier! Ich hab ein Hunter... Oh, shit! Tank! Vorsicht! Alle draufballern! Der muss sterben! Natürlich wirfst du wieder Sachen auf mich! Oh, was wolltest du sagen, Kati? Ich hab's genau rausgehört! Jonas, nicht vor mich rennt! Ja, renn, halt du nicht hinter mich, Mensch! Du kannst auch da oben die sachten, die... Kathi, heilig! Ja, mach ich gleich, ja! Mir gibt's nen Defi, falls jemand verreckt! Danke! Nächste Welle kommt! Achtung! Scheiße! Das wird richtig hart! Also, wenn... Falls wir das wirklich von Anhieb... Also, vom... First Try schaffen würden! Das wär übertrieben! Ja! Das ist wirklich sehr gut! Ich stuf uns auch so ein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Achtung! Ich komm! Hier kommt noch mal eins runtergeflogen! Jonas! Moment! Okay! Äh... Jetzt nur noch zweite Etage! Ja! Bin ich dran! Da ist grad ein verrückter Fan! Gott! Nächste Welle! Au! Au! So, auffüllen, Leute! Wir müssen auffüllen! Achtung! Boomer kommt! Dort hinten! So! Ich filme mal kurz die ganzen Sachen! Sorry! Moment! Hat da grad jemand auf den Kanister geschossen? Ich hoffe nicht! Danni! Wir haben nämlich nur den! Die spawnen wieder oben! Nein! Boah! Oh mein Gott! Wie cringe sieht das aus, wenn du in mir stehst? Wer hat den Kanister angeschossen? Ich nicht! Kann sein, dass ich das war! Wie kriegst du das hin? Hahaha! Wartet! Oh nein! Hier ist ein Jockey! Ja! Also da oben hab ich nicht sein geschossen! Hä? Ich auch nicht! Das ist ja der Witz! Hier unten hab ich's nur eingeschossen! Schieß mal die ab! Ich versuch dich zu heilen! Ah! Jonas! Übertrieben stressig! Komm Chaos Trupp! Ich nehm das mit! Wir müssen nach oben! Nimm mal die Rohrbombe mit! Hast du schon! Jonas! Ja! Danke! Okay! Komm! Ihr könnt das schon mal einfüllen! Ich werfe die alle runter! Sie sammle ich die einen! Mit! Mit E! Mit E! Achtung! Wie dein Tank! Oh! Scheiße! Ich glaube der ist hier oben, oder? Ja! Ja! Ist hier oben! Einfach drauf! Einfach drauf! Einfach drauf! Und jetzt weg! Wir müssen weg! Oh Gott! Ach du! Jonas heilt dich! Oder hast du nichts mehr? Warte! Ich helfe! Ich helfe! Lauf weg! Komm zurück! Jawoll! Oh! Heil dich hier! Heil dich! Nimm alles was du hast! Hier gibt's Medizin! Ah! Hilfe! Unten! Ja! Okay! Sehr gut Jonas! Jetzt einfüllen! Hier könnt ihr euch heilen! Hier unten! Da geht's Heilung! Medikids! An den Ständen da! An den Informationsständen hier! Ah! Oh Gott! Scheiße! Ah! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich hab nicht selbst in Luft gearbeitet! Ach Scheiße! Nicht dein Ernst! Oh Mann! Nein! Ich bin auch so gefecht Leute! Ernst! Ich auch! Oh Gott! Da kommt Charger! Oh Gott! Ich komm Dani! Ich hol dich hoch! Heil dich hier! Dani! Ich wollte mich gerade heilen! Nein! Ich hab einen rum! Okay! Mach's jetzt! Alles gut! Oh Gott! Okay! Kommt Leute! Weiter geht's! Wir haben's gleich! Nur noch ein Stück! Jetzt bleibt alle hier unten! Ich hol euch das ja! Werft am besten Kati! Werft noch eine Rohrbombe und heil dich hoch! Ich mach dich heilig! Oh Gott! Ich lieg gleich wieder! Ne ne! Alles gut! Bleibt einfach jetzt zusammen! Ich hol euch das letzte Stück! Ja! Ja gut! So! Gleich haben wir's! Achtung! Sorry! Ich werf's runter! Ich werf's runter! Leute! Ich werf's runter! Wartet mal! Aber noch nicht befüllen! Ich muss ja dazu! Leute! Da hinten! Leute! Da hinten liegt eins! Ja das ist das was er gerade runtergeworfen hat! Ja eben! Okay! Sag mir wenn ich's befüllen soll! Ja warte! 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 Jetzt! Oh mein Warte! Warte jetzt! Warte! Jetzt! Ich hab'n's! Sie ist überfordert! Jonas komm her! Komm her! Jonas! Jonas ist tot! Ich wollte mich grad heilen und wir rennen einfach weiter! Alter Mensch, ich hab gesagt, da hinten ist was zum Heilen. Oh Mann. Auf jeden Fall. Alter, ihr seid doch solche Kameraden. Ich sag sogar noch, ich heile mich kurz. Das Beste. Ich sag, ich heile mich kurz und wir ran los. Verstorben. Soll ich mich verarschen? Ja, aber dafür kann ich mir doch nicht. Du bist im Scheißdienst. Ich hab's doch sogar noch gesagt. Ja, wir haben doch auch gesagt, dass jetzt los geht. Nein, da muss noch Leertaste drücken. Hallo, kann man jemanden der Letzte auch noch Leertaste drücken? Ja, ja, Jonas, ich wollte nur kurz hingucken. Oh Mann, das war... Ich fand, das war doch ein schönes Ende, oder Jonas? Schön, dass du die Anbott gemacht hast. Jetzt kannst du auch mit Freude die Anbott machen. Ihr seid Arschlöcher. Ich hab euch den Arsch gerettet. Oh mein Gott. Alles klar, Jonas. Okay. Jonas? Ich hab nur einmal ausgenockt, das ist am Ende. Ehre. Dafür hat die, glaub ich, 800 Mal, wenn sie das machen. Katty und Carried uns einfach hoch. Nein, sie hat mir so oft den Arsch gerettet. Ja, Katty war auf jeden Fall... Oh Mann. ...Girl of the Match. Alles klar. Ja gut, Jonas, dann würde ich sagen, du darfst gerne jetzt die Appermann, du hast die Ehre noch zuletzt, weil du ja auch so mit Ehre auch von uns gegangen bist, darfst du jetzt auch mit Ehre die Appermann. Viel Spaß. Also, ihr seid Kameradenschweine. Sehr lieb. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Das hoffen wir. Aber diese Kameradenschweine hier, Kameradenschweine hier. Hey, wir haben dich durchgecarried, ja? Bitte nacht lang, oder nicht? Coach. Der Coach hat sich geopfert für uns. So ein Ding ist das. Ich hab euch hoch trainiert. Ah ja, für was? Dass wir mit einem Auto wegfahren? In Basis egal, aber es geht ums Prinzip. Okay, alles klar. Okay. Jonas? Ja. Er macht aber auch nicht, er macht doch einfach kein Ende. Ja, was soll ich so kurz noch sagen? Ciao. Jonas. Jonas hat mehr YouTuber-Faulern als ich, die Schwester. Ich liebe es. Okay, Jonas, ich lieb deine Appermanns, du weißt das. Und deswegen, genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.